Zutaten für 4 Fortionen Parmesan 550 Gramm Paniermehl für den ersten Dip Hälfte des E-Joghurts mit Limettensaft und Abrieb verrühren, mit Salz und rosa Pfeffer würzen Für den zweiten Dip Papaya schälen, Kerne entfernen, Fruchtfleisch zerbrücken, mit restlichem Joghurt verrühren, mit Salz, rosa Pfeffer, Allbackofen auf 220 Grad vor Zerhen Macaroni nach Packungsanweisung zubereiten und nach dem Abgießen auf einem Backblech verteilen Parmesan und Paniermehl vermischen mit Salz und Pfeffer würzen und unter die Nudeln heben N1 FL LID-1 O1-IF-Ofen ca. 20-25 Minuten knusprig backen, dabei die Nudeln gelegentlich wenden Kugnusspernudeln mit den beihüllten Dips auf einem Teller oder in Gläsern anrichten und servieren Limettendip nach Wunsch mit dunkler Balsamie A LID-1 Liding-E-T LID-1 Liding-E-T LID-2 Lider-M sopr naprawdę MDR-1 LID-2 LID-2